Ein Ford Transit Zustum ist hier zum Verkauf angeboten. Der weiße Van ist fünftürig, bietet Platz für drei Personen und hat einen großen Stauraum. Der Van besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Partygefilter, Einparkhilfe, Bluetooth, Tempomat und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe des Diesel überträgt eine Leistung von 125 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 24.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis